Willst du dir meine Flaschen füllen? Ja mach mal voll. Ich meine, die einen sagen ja so, die anderen verfluchen das Spiel. Ich weiß auch noch nicht, was ich dafür noch halten soll. Hey, seht ihr mich eigentlich? Guck mal schnell auf den Teich, seht ihr mich? Nein. Gehst du gerade übers Wasser oder was? Ja, da ist er im Wasser. Ah! Mal tauchen. Guck mal hier rüber. I'm completely soaking. Jo. Warte, ich mach ein Foto. Ey! Ja, hier kommt ja beide rum. Welcher Ort war das mit dem riesenroten Containergebäude? Okay, so viel. Heute? Bitte? Ja. Welches Gebäude war denn das mit dem riesenroten Container? War das Gorka? Oder war das Polana? Ich glaube es war Polana, oder? I don't know. Da gibt's so ein Blechgebäude, was aus mehreren Elementen zusammengesetzt ist und das ist meistens rot, so leicht angerostet. Und das gibt's nur an einem Ort ist das sehr charakteristisch. Da kannst du nur, das ist wie so ein... Da gibt's so eine Kanzel, wie so ein kleines Office ist das. In kleinen, das gibt's halt hier in groß. Da kannst du auch einmal außen rum gehen. Tut tut. Ist egal. Tut tut. Ja, und jetzt? Ich würd gern wissen, wie der Ort heißt. Äh... I don't know. Rot ist Metallgehäuseort. Haus. Ja, Haus. 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 Wir wollen ja... Alles klar, dann... Wollen wir... Wollen rechts. Ich bin auch schon offen. Ich bin erst hier im Haus, ne? Ja, dann geh erst mal raus. Wir müssen auch einfach gleich rechts. Ja, schön. Wir haben hier nochmal... ...Horfin gefunden, ne? Sehr gut. Sehr gut. Ja, ha ha. Ha ha ha. Wenn man... Wenn man wieder jemand aus der Gruppe einen abschießt, ne? Ha ha ha. Besser ist das. Sollte man immer dabei haben bei uns. Ich hab schon wieder ne Note gefunden hier. Ha ha ha. Basti, hast du grad das HM-Wort benutzt? Ja. Hat er. Ha ha. Ha ha. Wir haben mal gut sogar unsere Geheimsprache hier. Die mit den drei Zacken. Ja, wann ist denn Andy Server Reset hier? Ja, 15 Minuten hat er gesagt. Alter Süchtling. Geil. Geil. Ne, noch ein, ähm, Morphin. Warum hast du die Tür zu? Kannst du auch ein Selfie machen. Ja. Rechts geht's nach Berenzino. Also wir müssen hier jetzt den, äh, weit weg runterlaufen, ne? Ey, du Penner. Kommt mal raus aus allen Hütten hier. Wie Penner. Versüchtig bin ich grad. Mann. Na, warte mal, dass sie rauskommt. Hat er sie eingeschlossen? Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Du kannst doch einfach vorne nur die Tür... wenn sie aufmacht, immer wieder zu machen einfach. solle auch eine chance haben rauszukommen lass es weitergehen wenn du draußen bist so hallo ich bin gut aufpassen ja das hast du mein stock im arsch schieß zurück oder ein stock im arsch habe hier auch einige stöcker hallo kommt wir laufen jetzt mal zum ok damit wir dann auch mal ja ich muss ja guck bloß sich auf die sonne die ist total falsch hat schon mal einer geguckt ob die kommen was ist die märze von kommentare schreibt es aber auf meinem kanal nene nicht beim basti schreibt es mal lieber bei mokki oder beim jenz oder beim wo ich habe nur die munition straße aufwärts leute straße links ja schreibt sich bei jenz oder bei mokki schreibt es halt lieber bei schreibt der goodie geht's zu goodies banzi zu super die nehmen zwar eh nicht auf aber egal hättest dein auto mal nicht vor der wand gefahren ja komm den nehmen wir ja und dann ist wieder einer übergeblühe ja dann hol ich den mokki ab ne super fährt der nächste auto kaputt ne er ist mir scheiße wenn dein auto hier steht dann können wir einmal durchgehen oh nein das ruckelt hier ist ein rucksack und hier sind bestimmt leute warte mal guckt mal hier lieber rein wo rein na ich fahr ganz ruhig ein fuß nach dem anderen wenn dein auto hier steht ist ja auch keiner ist auch 20 liter sind wir gemerkt ja ja jens jetzt sag mal wo ich lang soll bin bei der nase nach warte 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 wo bist du mit dem auto komm zu dir bleib stehen komm jetzt zu schlaß wo ist denn der mokki jetzt äh wo lader ja ihr wolltet euch doch in die profgott treffen oder nicht richtig ja weil ich hätte kurz ein bisschen aufhalten wenn man ganz gut ist es ist eigentlich grad echt nett wo ist schwer hier im berg ja ja im berg 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 da das ist Dann bist du irgendwann in Dubrovka. Wenn du durch Dubrovka durchfährst, kommst du fast in Gorka raus. Und der Mocki sammle ich dann in Dubrovka ein? Nein, dann gehst du jetzt in Gorka. Ich bin jetzt im Planer, hab ich gesagt. Dann musst du eigentlich nur gleich einmal rechts, wenn der mehr geht. Oh, 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 oh. I'm close to vomiting. Nicht rechts. Wenn ich durch Gorka durchfahre, muss ich links nach Polana, oder? Du kannst nicht durch Gorka durchfahren. Du kommst von Dubrovka, ne? Ja, du musst in Dubrovka und dann ist da eine Kreuzung. Dubrovka komplett durch. Ich hab gekotzt. Bis es nicht mehr geht und dann einmal rechts. Dann wird er nur gerade raus. Okay. Was machen wir? Wir gehen einmal in die... Du brauchst da durch und dann rechts. Ja. Na, ich schau mal, wie weit ich diesmal komme. Halt, stopp. Warte mal, ich muss gerade mal auf das Ortschild gucken. Ich hab gerade gekotzt vom Ortschild. Der Name hat mich erschreckt. Oh Gott, die Lenkung, Alter. Ist ja voll krass. Ähm, ja, ich bin doch erst Lina. Also, ähm, dauert noch ein bisschen. Aber macht nix. Also, ich bin ein Ort weiter unten, wo ich gedacht hätte. Gut, ich treffe uns, wir haben Supermarkt, ne? Wieder. Übrigens, kotzen ist gar nicht so schlimm. Wie ich gedacht hätte. Das gibt gar keine negative Effekte mit. Nö. Nö, dass du nix gegessen hast, ne? Nö, eigentlich... Energized bin ich immer noch ein bisschen hydrated. Ist ja nicht mehr runtergegangen. Aber ansonsten, alles cool. Ich hätte halt gedacht, dass nur irgendwie Sickness oder so mitgeht. So, berghoch ist mal ganz schlecht beim Autofahren. Übrigens, wenn du auf dem Fahrersitz sitzt, dann wimmelt es hier nicht so oft ein... Oh. Hat geher Hang gerade, oder? Dann wimmelt es nicht so auf dem Beifahrersitz und auf der Mittelkonsole. Ne, das ist ja auch nur, wenn es regnet. Am Start. Ach so, das regnet durch quasi? Ja. Okay. Egal. Oh, bergauf ist ja auch mal ganz schlecht. Ja, drück mal Shift, da gibt er noch ein bisschen Turbo. Aber ansonsten... Ja, ich drück gar nix anderes als Shift gerade. Du, ich renne meine Police, ne? Da bin ich schon. Ach so, und? Ah, weil ich nicht. Ich brauche ja sowieso SGS-Munition. Ich habe schon so schöne Klamotten für die SGS. Ja, zu trinken gibt's hier jede Menge. Also ich bringe übrigens sau viel Essen und Trinken mit, aber ich glaube, du seid sie selber versorgt. Ich brauche noch mehr Pepsi hier. Äh, Shopgun-Munni bitte. Braucht man dieses AKS-74-U-Bugstock-Teil? Äh, ne. Also... Würde ich erst mitnehmen... Oh, hier ist schon mal eine Tankstelle? Da bin ich glaube ich fast in Dubrovka, ne? Was willst du in Dubrovka? Ach so. Ne, ne, ist korrekt. Ich hatte jetzt einen anderen Ort. Ähm... Kann sein. SKS-Munition... Ach, äh... Dings-Munition finde ich bis zum Abwägen hier. Ja, hier liegt auch noch ne Waffe. Wie viele Tankflaschen habe ich denn eigentlich? Boah, bring mir eine mit. Eine hätte ich gern. Ich kann dir zwei Stück abgeben. Nur eine reicht schon. Ja, ich bin Dubrovka. Gut, und jetzt einfach, ähm... Richtung Sonne. Richtung was? Richtung Sonne. Niemals Richtung Sonne. Ne, nach rechts hat der, äh, jetzt gesagt. Dubrovka musst du immer noch weiter geradeaus durch, ne? Immer geradeaus der Straße folgen. Ein bisschen mehr kannst und dann rechts. Gut. Und dann weder nur geradeaus, da kommst du Polana vorbei. Und du bist jetzt ein Orlo-Wetz? Ich bin der Dubrovka. Nein, der... Mocki. Ich bin jetzt... Ge... Ist das die Kreuzung? Ne, ach ne, ich bin jetzt, äh, bei Polana ist so ein... Wenn du auf der Map guckst, so ein kleiner, roter und ein grüner Pömpel. Südlich davon. Da müsste ich jetzt gerade sein. Ja, dann fahr einfach nur... gleich einmal rechts und bis Polana. Ich fahr jetzt nach Gorka. Nein, du sollst nach Polana. Bist du rechts gefahren? Hallo? Hallo? Warte, bleib da stehen. Komm, zu dir. Ne, gleich da. Weil er wahrscheinlich gleich... Das Schild wird nach Gorka zeigen, aber der fährt geradeaus eigentlich. Deswegen fährt er nicht nach Gorka. Ja, bei mir geht's jetzt geradeaus nach Gorka und rechts nach... Äh, R, B, O, E, A, H, O. Was ist das denn? Oh, bei mir fließt das Spiel gerade die ganze Zeit. R, B, O, E? Das ist Gugliovo, oder? Boah, guckstack, guckstack. R, B... R, B, O, E, A, H, O. Genau. Das ist... Oh, nee. Ach komm. Ist jetzt nicht dein Ernst. Achso, wir hatten ja gesagt, 15 Minuten noch. Ja, dann geh ich nach Gorka. Ja, du wirst jetzt das Auto nicht mehr haben, glaube ich. Oh! Ja, du wirst jetzt ein... Oh!